Müssen wir als Christen immer noch das alttestamentarische Gesetz halten? Nein. Gut, war eine gute Stunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Was geht? Cory hier. Und heute reden wir darüber, ob wir als Christen immer noch das alte Gesetz halten müssen. Denn so viel erzählen wir, wollen wir erzählen, dass wir immer noch alle 613 Gesetze einhalten müssen. Oder sie sagen mir, nee, nee, nicht mehr die Opferrituale, weil das wurde abgeschafft, nur noch das. Und ich werde heute versuchen, so einfach wie möglich zu erklären, wieso wir es nicht müssen. Oder vielleicht müssen wir es doch und wir werden heute was Neues herausfinden. Bevor ich anfange, nehmt euch Stift und Papier raus oder schreibt euch die Sachen ins Handy. Es gibt so viele Bibelstellen, die euch helfen, das zu verstehen. Wir als Gegenargument geben ja immer, nein, Jesus ist für uns gestorben. Der Glaube ist jetzt das, was uns rettet und nicht mehr das Gesetz, was ja eigentlich uns noch nie gerettet hat. Und dann kommt immer dieses Gegenargument. Hat Jesus nicht gesagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzuheben? Dann sage ich nur, okay, lesen wir deine Stelle mal. Matthäus 5, 17 bis 18, da steht es und da heißt es, Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im ganzen Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss ich erfüllen. Und 19 geht dann weiter. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes Himmelreich nicht viel bedeuten. Boom! Also müssen wir doch das Gesetz halten. Gut, sehen wir uns nächste Woche. Aber was steht hier genau? Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Jesus ist nicht gekommen, irgendwas für unnötig zu erklären. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Aber was ist der Zweck des Gesetzes? Galatte 3, 19, es zeigt das Ausmaß unserer Sünden. Aber das gilt nur, solange bis der Nachkomme Abrahams kommt. Wer da ist? Jesus. Wir lesen in Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. So, dass jeder durch den Glauben gerecht wird. Er hat nicht nur das Gesetz erfüllt, er hat auch Prophezeiungen erfüllt. Bam! Das müsst ihr selber alles lesen. Das Gesetz war nur da bis zur neuen Ordnung, richtigen Ordnung, bis zur Zeit der Besserung oder Zurechtbringung und solche Übersetzungen. Aber alle sagen bis zu einem gewissen Punkt. Hebräer 9, Vers 10. Die Anordnungen galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte. Jesus hebt die alte Ordnung auf. Das steht in Hebräer 10, 8-14. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für alle Male zu Gott. In 11 steht zum Beispiel, der Priester, der muss jeden Tag Opfer bringen. Und trotzdem reinigt das niemanden für immer von seinen Sünden. Und in 14 dann, als Christus gestorben ist, wurden wir für immer von unseren Sünden befreit. Wir sind doch schon gerecht gesprochen vor Gott. Kolosser 2, 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Wir sind nicht länger unter dem alten Gesetz. Galater 3, 23-25 sagt doch ganz klar, bevor der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz. Bis zum Glauben hatte das Gesetz die Aufgabe eines strengen Erziehers. Er hat uns gezeigt, was richtig und was falsch ist. Und er hat uns auch gezeigt, wie weit wir davon entfernt sind. Und er hat uns gezeigt, dass wir das niemals einhalten können. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Das Gesetz konnte uns noch nie gerecht machen, weil niemand konnte das Gesetz einhalten. Abraham ist durch sein Glauben gerecht gesprochen worden. Heißt das also, wir dürfen tun und lassen, was wir wollen? Ja, wir sehen uns nächste Woche. Nein, natürlich nicht. In den USA habe ich jetzt häufiger dieser Begriff Hypergrace gehört. Hypergrace, du kannst tun und lassen, was du willst, weil Jesus für dich gestorben ist. Natürlich nicht. Das ist doch Common Sense. Das ist doch logisch, dass wir das nicht dürfen. Galater 6,2 sagt, wir sind unter dem Gesetz von Jesus. Also wenn du glaubst, du wirst immer noch durchs Gesetz gerecht gesprochen, dann ist Jesus umsonst gestorben. Dann hat die Kraft seines Todes keine Wirkung auf dich. Denn du sagst, Jesus ist zwar für mich gestorben, ich muss aber immer noch das Gesetz halten. Wir sehen doch, was Jesus gepredigt hat. Er hat nicht die 10 Gebote gepredigt und gesagt, ihr müsst das jetzt halten. Nein, er hat gesagt, wie ist es? Wenn du jetzt jemanden hast, dann ist es genau so, als ob du mordest. Das heißt, wir würden alle das Gesetz nicht halten. Wenn du Jesus wirklich angenommen hast, wenn du Jesus liebst, dann hältst du seine Gebote. Nicht, weil du es tun musst, sondern weil du Jesus so sehr liebst. Weil das ist ein weiteres Argument, was dann immer gesagt wird. Weil heißt es nicht in Johannes 14, 15, wer mich liebt, hält meine Gebote? Ja, um welche Gebote geht es denn hier? Nicht um die 10 Gebote, weil die 10 Gebote heißen, du darfst nicht morden, du darfst nicht klauen, du darfst nicht... Aber was hat Jesus gelehrt? Jesus hat gelehrt, allein wenn du in deinem Herzen eine andere Frau begehrst, hast du schon Ehebruch begangen. Was sagt denn Jesus in Matthäus 22, 37 bis 39? Das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und ebenso wichtig ist das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn damit erfüllst du schon das ganze Gesetz. Es gibt noch unendlich viele Bibelstellen, zum Beispiel in Hebräer 8, Vers 10. Die Juden wussten, dass irgendwann ein neuer Bund geschlossen wird und der wird ganz anders aussehen, weil das Gesetz wird in dein Herz geschrieben. Er leitet euer ganzes Denken und Handeln. Als wir Jesus angenommen haben und den Heiligen Geist bekommen haben, war es Schluss mit Gesetze halten, Gesetze halten, Gesetzen halten, denn unser Fleisch ist gestorben mit Jesus und jetzt regiert unser Geist, denn unser Geist jetzt möchte das Richtige tun. Ich belasse es jetzt erstmal dabei und hoffe, ich habe das meiste erklärt. Falls es noch weitere Fragen gibt, schreibt sie mir unten in die Kommentare und ich mache ein zweites Video dazu, weil man kann noch so viel mehr dazu sagen, aber ich wollte einfach nur mal den ersten Punkt. Nein, wir müssen das alte Gesetz nicht mehr halten. Heißt nicht, dass wir jetzt sündigen dürfen, sondern wir halten, weil wir Jesus lieben, seine Gebote, das, was er gelehrt hat. Ich werde sicher noch ein paar Videos darüber machen, über dieses Thema und deshalb hoffe ich, dass ihr mir unten hinschreiben könnt, was noch offen geblieben ist, was noch nicht erklärt wurde und dann kann ich ein zweites Video darüber machen und noch viel, viel, viel mehr ins Detail gehen. Aber sonst sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.